Hallo, ich bin Steffi von Kenhub und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. In diesem Tutorial soll es um den Nervus Oculumotorius, den Nervus Trochlearis und den Nervus Abduzins gehen. Also die drei Hirnnerven, die für die gesamte motorische Innovation der äußeren Augenmuskeln verantwortlich sind. Diese Abbildung des linken Auges aus lateraler Sicht wird uns dabei helfen, die anatomischen Zusammenhänge zu verstehen. Zusätzlich zu den Nerven, die heute natürlich im Fokus stehen werden, werden wir uns auch ein paar andere Strukturen ansehen, die in diesem Kontext relevant sind. Rechts im Bild sehen wir außerdem den Hirnstamm, die Arteria carotis interna und den Nervus opticus. Die äußeren Augenmuskeln und das Auge sehen wir links im Bild. Von den genannten Strukturen werden wir uns in diesem Tutorial besonders intensiv mit den extraokulären Nerven im Bereich der Orbita und den Muskeln, die sie innervieren, beschäftigen. Wie gesagt, werden wir heute die Nerven, die für die Bewegung der Augen verantwortlich sind, genauer behandeln. Zu diesen Nerven gehören der Nervus Oculumotorius, der dritte Hirnnerv, der Nervus Trochlearis, also der vierte Hirnnerv, und auch der sechste Hirnnerv, der Nervus Abduzins. Wir werden uns auch mit den Hirnnervenkernen und den anatomischen Lagebeziehungen dieser drei Hirnnerven und den Strukturen, die von ihnen innerviert werden, vertraut machen. Zusätzlich werden wir die autonome Innovation des Auges besprechen, die über Axone aus dem Ganglion Ciliare erfolgt. Aber lasst uns zunächst mit dem Nervus Oculumotorius und seinen Kernen starten. Der Nervus Oculumotorius ist ein ziemlich großer Nerv. Ihr seht ihn hier auf der Abbildung grün markiert und wie er durch die Fissura Orbitalis Superior in die Orbita eintritt. Seinen Ursprung nimmt er aus gleich zwei Nervenkernen, den Nuclei Oculumotorii. Das ist zum einen der Nucleus Nervi Oculumotorii, der hauptsächlich in die somatomotorische Innervation involviert ist, und zum anderen der Nucleus Oculumotorius Accessorius, der hauptsächlich für die parasympathische Innervation zuständig ist. Lasst uns mit dem ersten der beiden anfangen, da dieser für die motorische Innervation der Augenmuskeln den wichtigeren Kern darstellt. Wie wir hier sehen können, ist der Nucleus Nervi Oculumotorii im Mittelhirn lokalisiert, auf Höhe des Colliculus Superior in der Nähe des Aqueductus Mesencephalie. Auf dieser Abbildung, auf der man das Mittelhirn und die Hirnnervenkerne von Dorsal sieht, könnt ihr den grünen Oculumotorius Kern im Colliculus Superior sehen. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf canhub.com an. Für unsere Canhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klick auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie. Bis zum nächsten Mal.